Moin Moin und Willkommen zu einer weiteren Runde im Rie live. So, wir wollen zum Riechen. Wir wollen jetzt wieder im Futter. Ihr seht, es hat geschneit. Und ihr seht auf, die Spuren werden tiefer und tiefer und tiefer. Und glipschiger vor allem hier. Guckt euch das mal an, Alter. Das gibt es auch nicht. Ich fahr mir gleich fest. Der andere Träger ist schon sauber. Der wird der Nächste sein, wenn die Feldmiete weg ist. Was ist denn da? Also, es ist komisch. Aber ich fahr immer so sticke. Da muss der Mars in den Päcker halt sauber machen. Scheißegal. Aber jetzt ist es wenigstens, hey, da könnt ihr das Wasser mal sehen, was hier am Wasser steht, Alter. Man weiß gar nicht, so viele Spuren haben wir hier reingeknabt. Man weiß gar nicht, wo man hier lang fahren soll. Guckt euch das mal an, Alter. Jetzt sind die Reifen gleich sauber. Ja, hier haben wir schon mal gebuddet wegen der Tränage und so. Boah, Freunde. Ich muss zusehen. Ich sage, ich finde ihn damit zuständig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Natürlich gerne den Leiter lassen, wenn er es euch gefallen hat. Besser jeden Mal Kau und wir sehen euch.